Hallo zusammen, ich bin Albert, ich bin Automatiker im vierten Lehrjahr bei der TRIES AG. Heute seht ihr etwas von meinem Alltag. Das Coole an meinem Beruf ist, dass man vielzeitige Sachen lernt, immer im nächsten Stand der Technik ist, und man hat viel Abwechslung vom Handwerklichen bis zur Programmierung. TRIESA ist eine Schweizer Firma, die weltweit tätig ist und Produkte macht, die ihr sicher alle kennt, wie zum Beispiel Zahnbürstchen. Die Lehre sollen wir bei TRIESA machen, weil wir hier ein offenes und aufgestelltes Team sind, und zudem sind wir viele Lernende, die sich untereinander jederzeit austauschen können, sei es zum Beispiel beim Arbeitsplatz oder bei Lernenden anlässen. Wenn du Automatiker lernen willst, dann solltest du gute Kenntnisse in Mathe haben, ein gutes Vorstellungsvermögen besitzen und sicher auch geduldig sein. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Alltag gesehen, falls es euch gefallen hat, kommt vorbei und schnappern. Wir freuen uns auf euch! Bis zum nächsten Mal!